nun und ganz kurz mich an den wachstum von dem park den habe ich noch gar nicht benutzt nämlich ja stimmt ich hab zwei anrufen bei ihm war noch nicht benutzt weil sie die noch nicht hatte und vorher war schon geschäft in meinem Leben ist noch gar äh Wotkot? Ja Wotkot? Wotkot? Spasskot! Ding! Oho Spielepona Epona Epona! Ja hallo Ich will übrigens den Epona Schatten Epona! Bitch Blee Boah! Ah! Das ist auch nicht gespeichert Ah! So ja unglaublicher Anblick Es ist mir grad vollkommen egal Oh Mello Ah! 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 B lud Das ist genau Ist klar Ich wollte nur nochmal fragen b Gefällt dir den Laser? Ja! Nacht und Schatten Ja! Oh, da ist es! Oh, da ist es! Oh, da ist es! Ich bin echt, ich bin echt, ich bin echt. der Frey, um Skyloft zu retten aus dem Disaster zu retten. Das ist so cool! Haben wir das vor? Ich kann den Helden auch irgendwann mal spielen, oder? Ja! Pferdchen! Du hast doch Karotten! Du hast Karotten! Schnell, höchst du bitte deine Leiste auf WTF! Ich kann sprinten und Leister nicht angreifen! Ja, jetzt schon wie immer das ist, oder? Okay! Mein Special ist es, insin Sprinten zu können! Ah, das verbraucht meine Karotten! Verbraucht Karotten! Das Pferd lockt für solche Legs! Weißt du das eigentlich? Nicht! Wui! Wer hat OP? Ich bewege mich irgendwie da halb so lange, sonst hab ich so das Gefühl! Ich bewege mich vollflüssig! Schöpfe dich! Ich habe echt mal was gegen die Mücken hier tun! Ja! Weiß! Da schlafe ich eine Nacht bei ihm und hab 100.000 Mücken stelle! Sorry! Ist das der feine Angriff? Baff, 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 baff? Ja. Ist das denn nicht ein Eingang? Doch, für den ist ein Eingang. Oh. Oh. Hi! Oh, hi. Äh, da haben wir das Ding. Das kenn ich aus deinem Buch! Hey, ist toll. Ich hab ne zweite Navi! Ich hab ne zweite Navi! Pissen! Hm. Ich guck aus. Wieso ist das so ein riesen Cabis? Screw the Cabis. Der Cabis hat mich nicht gefreut. Ich bin gespannt. Ein Pompfen. Ein Pompfen kann man das Teil auch nicht. Ach so, das wird übernommen. Äh, von Pai. Das ist, äh, so, äh, Versorgung für die Ritter. Ja. Ja, Kürbissuppe halt! Okay. Stimmt, nicht. Ach so Leute. Ja, ich hab auch nie gekauft! Geh! Ich hab mich nicht gefreut. Ich hab Courage gemacht. Ich hab dich nicht gefreut. Ja, ich hab mich nicht gefreut. Aber du sagst! Ja, gut doch. Ähm, ich weiß nicht, was die Verlust ist. Ja, es wird ja los. Ich klebe auf einem Pferd. Es macht irre viel Spaß, ehrlich gesagt, aber es geht einfach auf die Dauer und auf den Keks. Level Up! Kann ich auch? Nein, dafür bleibt stehen. Ach, das ist noch nicht der Riesenwahl. Oh, geh weg! Geh weg, du! Ich kann erledigen, dass ich noch nicht mehr in den Park. Sauber eingeparkt! Ja, aber was du nicht kannst, eh, ich meine es. 2 Pfeiler! Halt die Gott. Kann ich mich überhaupt hier mit Epona hochziehen? Ich kann auch meine Epona nicht hochziehen, von daher. Noch etwas. Ich kann nichts anderes! Ich weiß doch auch nicht, was ich hier tue. Ach egal, Special! Dein Special überhaupt anders, dann vielleicht zu deinem normalen Angriff. Ja, ja, ich, ich, ich laufe und, und schieße einen Laser auf den Gegner. Vielleicht soll ich da nichts anderes machen. Nein, ich schieße noch nicht meinen Laser. Ich, äh, komm einfach mal. Da, 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 da. Äh, und wir sollten zum Hauptquartier und die Reime eventuell aufhalten. Nee. Wenn du mal guckst, wie, was für eine große Armee hier ist. Nee. Oh. Genau. Okay, dann, 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 dann hattest du am besten frei, da wo das große X ist. Nee. Okay. Nah. Bye. Okay. Ehh. Haha. Hier sind so viele Gegner! Und Girahim, du eurer Schmalzvollsten. Ich hab voll verfehlt. Tschüss Girahim! Bop! 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 Hab dich Das ist das derbste Pferd, was ich je gesehen hab Jetzt Magie auf dem Pferd Um gleich das ganze Spiel zu killen Oh, keine Ahnung Ja, ja. Meine Strategie mit Epona, Bartmashen und hoffen, dass ich irgendwas ins Gesicht trete. Weil ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich hoffe, wenigstens du weißt, was du tust. Naja. Y, 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 Y. Laser! Oh, Finisher. Ah, ich habe einen Finisher, wo ich auch nur einen Laser schieße. Oh, gut zu wissen. Ist aber cool, dass er auf dem Pferd einen Bogen schießt. Ist auf jeden Fall, wenn viele Gegner zusammenstehen, super Epona, also ich hab ne Epona, nein. Ich hab ne, ich hab ne, ich hab ne, ich hab ne. Ich hab ne, ich hab ne, ich hab ne Uno drin. die die das ist so übel zwischendurch ja aber ich habe uns ein neues outfit für Link freistellt abgesehen von Schatten Link Master Questling, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das auszulesuche. Oh, du bist da unten. Ja, ich würde vorher aufklicken, weiter links. Da, wo ich drinne war. Da war was. Volga, leg dich mit jemandem in deiner Größe an. Okay, Volga kippt mich so hart. Ja, das meine ich mit Volga, ist okay. Ach du Scheiße, macht der Schaden. Ja. Vor allem, der ist auch permanent im Magie-Modus, das heißt, der wird auch nicht zurückgeschreckt. Vor allem, ich habe mein Special gemacht, deswegen konnte ich mich nicht bewegen. Volga hat in der Zeit mich einfach gekillt. Ah ja, mit Epona ist es da, ist es einfach nur angreifen, wenn man nur läuft. Also ich kann über Gras laufen oder das Gras mit genäht. Das ist wahrscheinlich wieder so eine, geh da hin und mach das und schwäche Volga dadurch. Weil hier ist eine Quelle der Götte. Ja, du bist. Das ist aber auch, weil ich zu blöd bin, mit Depone umzugehen, ehrlich gesagt. Weil wenn ich B drücke, wenn ich kein Special mache, dann fange ich nämlich an zu Viren und Sprinte. Du, ich hab keine Lust, dass irgendeine von uns von Worker gekillt wird. Ich war schon fast da. Achso. Ich war kurz hinter dir. Au. Die Karte gucken ist mit Kunst. Sie ist aber echt überall die Fähne. Ja. Creepy. Ich mag sie. Gibt's noch ne Woche für Link, die es gleich scheitbar ist. Da kämpft man halt sie und legen sie in ner Flasche. Spoiler. Herbis! Ja, doch. Jetzt können wir uns um Volga kümmern. Das haben wir schon nicht so ein Max Level Volga oder so. Ja, doch. Das locale. Das ist halt so einx-dorch. Wollt. Wie bist du? Das ist ja die eigene Um! Was ist hier? Mit Wasser? Das ist etwas dabei. Das ist ja auch nicht so einx-dorch. Was ist das? Gah! Ich bin noch nie so ein Karolisch. Da hab ich mit dem Charakter gespielt. Loot! 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 Oh, da ist noch. Loot. Nein, das war mein Herz. Egal. Loot! 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 Du bist der Lootgeist. Wuuuuh! Die sehen ihn auf mich herumfliegen. Wuuuuh! Loot! Hierrohin, alles okay? Loot! Loot! Jetzt musst du derby aufziehen. Ja. Komm, du hast mich zu dir immer weggeboxt. Ich hab mich aber weggeschoben. Loot! Loot! Gib mir dein Loot! Ah! Was? Ja! Ich hab einen starken Angriff los. Mein starker Angriff ist, dass ich sprinte. Wuuuh! Oh ne! Ich hab ne neue! Noch mal Schatten-Eppona. Wir einigen uns auch, dass wir Schatten-Eppona nicht spielen. Allgemein-Eppona. Oder nicht so oft spielen, ja. Ich mein, ab und zu können wir es ja mal machen mit der anderen, die mal spielen will, ne? Ich weiß, was ich im Offline-Modus spielen werde. Oder? Hehehehe. Ja, wenn du nicht da bist. Hey, schon wieder Volgas Helm! Huh! Nee, nee, nee. Ah, liebe. Oh, wir können Pfei spielen. Ja! Schwerte Göttin. Ja, Pfei ist ein Schwert. Und gleichzeitig eine Waffe. Ein Schwert und gleichzeitig eine Waffe? Ja. Ja, sie ist ein Schwert und eine Waffe. Ja, sie ist ein Schwert und eine Waffe. Menschen sterben, wenn sie tot sind. Du musst mal gesagt werden. Dann, äh... Seid du mal kurz auf Klo und ich upgrade es. Dann einfach mal. Weil vielleicht können wir ja was upgraden. Vielleicht... vorher irgendwer, was wir eben bekommen haben. Und ich kann wieder Charaktere schicken. Ja, also Schöpings. Ja, also Schöpings. Ja, also Schöpings. Zu wenig Federn. Äh... Kannst du irgendwas? Munzerzahn. Ja, davon habe ich genug. Letzter Ehrelosfeder. Und sie braucht links Handschuhe. Ja, sie ist eine zweite Linke. Ein bisschen irgendwie... Steuermäßig. Kommt doch mal was rüber. Bublen Schwarte. Schatz, ich muss Link töten. Schatz, ich muss Link töten. Und der Spiegel. Schatz. Gut, dass ich so viele mobile entspannen habe. Weil ich die... Abenteuermodus zu oft gekillt habe. Ja, ganz schön. Ich muss Link töten. Link. Das letzte Upgrade für Fight kriegt man durch Links Handschuhe. Und ja, habe ich halt nicht. Ja, Abenteuer-Modus oder Heizer. Irgendwo werde ich hin. Ob es was was geben könnte. Vielleicht eine Blinklöte. Wo kommt es denn? Ich stelle mir jetzt gerade vorbei. Kommt von hinten an. Er durchklingt. Wieso tust das? Ich muss mich upgrade. Ich komme weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Es ist nur leer. Welches Level ist eigentlich nicht weit? Äh... Wieso 30? Weil ich Wolgern so auch auf 30 gemacht hatte. Aber denke ich, im gespielteten war nicht auf 30. Oh, ich hab's auf 20 gemacht. Ups! Ja. Passt schon her! Upsala! Du schreibst gegen... Du schreibst mal auf Umstufe 22. Ja, das war dann nicht. Feier ist nicht. Feier ist nicht. Kein Wunder.